Wie laufen Schadensfälle ab? Erst einmal gilt, egal was passiert, mit unserem Schadensfreibonus kann man nur gewinnen, nicht verlieren. Wenn im Laufe eines Jahres keine oder nur wenige Schäden in der Gruppe entstehen, bekommt man im darauffolgenden Januar einen Bonus aus dem Topf. Im Schadensfall wird die neue Selbstbeteiligung aus dem Topf bezahlt. Den restlichen Schadensbetrag zahlt wie gewohnt die Versicherung. Falls das Geld im Topf wegen mehrerer Schäden in einem Jahr einmal nicht ausreicht, haben wir vorgesorgt. Im ungünstigsten Fall gibt's in einem Jahr mal nix. Aber die Chance, im darauffolgenden Jahr wieder einen Schadensfreibonus zu bekommen. In jedem Fall voll abgesichert, aber auf keinen Fall mehr zahlen als bisher. Nicht schlecht, oder? Jetzt Schadensfreibonus sichern unter www.friendsurance.de Sie sehen uns jetzt noch einmal in einem Jahr, bis zum nächsten Mal. Ich möchte auf keinen Fall können, dass der Schadensfreibonus-